Also, willkommen zurück! Und ich habe jetzt einfach einen anderen Charakter genommen, weil ich so blöd bin zum Sterben. Hier ist nun das Formpunkt, damit ich auch mal gleich alles zeige. Und ich weiß nicht, warum die Maus nicht reagiert, das ist ja dumm. Hallo? Moment. Die Musik ist dumm. Also, rein theoretischerweise müsste das jetzt funktionieren, sieht nun halt gar nichts mehr an. Gut. Das ist das, was ich episch zeigen wollte. Also, wir können... Jetzt dachte ich, da unten ist ein Blüter. Falls wir mal nicht auf Peaceful spielen... Hier runter... Haben wir hier... Eine Kiste. Sollte eigentlich zu überleben reichen. Das da und... Boah. Warum? Ich stirb nicht dran. Das liegt alles daran, dass wir zwei Höllen-Tore haben. Na egal. Wie soll's... Ist mir leid. Aber da wir hier so gar nicht fliegen... Also... Hier sind zwei Creeper explodiert. Also, ich versucht habe... Einen Weg nach Hause zu finden. Ich hab mir schon extra Folgen gebaut. Pluck. Weiter in diese Richtung, das ist schön. Also, wir sind auch wirklich sehr weit gekommen. Also, wie lange gelaufen wird. Also, es verzögert sich. Ich weiß nicht, ob es an meinem Laptop liegt oder am Server. Nja. Fakt ist... Richtung Scorn.io. Jedenfalls ist das hier unser erstes großes Haus gewesen. Da ist so ein Schläfchen. Also, der erste Eingang... Na, bleib stehen. War hier. Aber... Das hat er mich gebracht, weil... ständig irgendwelche Prüfe gekommen sind. Und haben alles kaputt gemacht. Dankeschön. Ach, das sind Stufen. Funktioniert auch wunderbar mit dem Zeilen. Piu. Gleich wieder zumachen, damit das Schaf nicht erpasst. Wüste. Ja. Hier wollte ich eigentlich mich nach hinten durchputteln. in den anderen rein. Was nicht so ganz funktioniert hat. Hallo. Gut. So, hier geht's dann... in unseren Keller. Da hat sich Angel hier irgendwie... ich weiß nicht... Schlafzimmer von uns gebaut. Ab wie zu. War. Und das ist dann halt... noch mehr Schlagzeug. So. Kaktus. Muss ich mal sagen. Nice. Ja, und ich hab dann irgendwann gleich am Anfang angefangen, hier oben auszubauen. Warum steht hier ein Ofen? Wann steht hier ein Ofen? Joa, gut. Und hier oben hatte man einen schönen Ausblick auf die Wüste. Kiste, das ist auch meine. Da haben wir die Knochen. Joa. Ist das ein Samen wohl noch? Joa. Aber ich weiß nicht, ich hab hier... da... randommäßig irgendwie... gebaut. Egal. Also dieses Haus hier ist... echt langweilig. Wenn man sieht, was noch so entstanden ist. Ja, und let's show. Gehen wir wieder raus. Ja. Also das waren auch die aller Anfänge von Minecraft. Ähm. Jetzt bleibst du jetzt mal stehen. Danke. Das dumme Schaf hier. So, jetzt geht's auch schon mal in Richtung Serish. Achtung Schaf, raus aus dem Geboten. Joa. Und jetzt fängt die ewig lange Brücke an. Äh. Man wird's nicht helfen können hier drauf, oder? 3.28 Uhr. Muhahaha. Ach ja. Nein. Hübsch aussicht nicht? Vor allen Dingen, wenn das so... Also hier stehen überall Öfen rum. Gute Nacht Wegbrücke. Gute Nacht Wegbrücke. Willkommen im Zombiewald. Bäume waren ausverkauft. Ja, das ist episch. Weitere Zappel. Spenden Sie jetzt Bäume. Oh, das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Hier sind doch Bäume. Hm. Probieren Sie jetzt Touristatur. Ah, die kenn ich ja noch gar nicht. Hier könnte... Ah doch, das kenn ich. Was passiert mir. запfen! W 당rium. T afterwards. Es läuft einfach vorbei Gebügt Fieber Fieber Boot Fieber hinten ist ein Tor Oho, da hinten Rostdrücke Ja, hängen halt Zombiewald Hallo? Also ich glaube, ich baue das Tor wieder ab und mach's weg oder so Genau Hängen halt Rostdrücke Distanz endlos Ich kann leider nicht stehen bleiben Da sind Martha Fische Die man hoffentlich legen kann Tintenfische Er braucht ja auch Tinte für seine Malereien Hahahaha Sinn Also auf dem ersten Weg, den wir Also hier wollte ich mir nur unter Wasser Dings bauen Dings bauen Egal Also als wir auf den ersten Weg zu uns Derish gekommen sind Dann waren wir getrennt Weil ich so blöd war im Boot zu fahren Und irgendwie Habe ich dann angefangen Facken zu setzen und den Rückweg zu finden Und die Brücke hört nicht auf Ja, und dann labere ich mal derweil weiter Und jetzt da vorne Und dann Ja, toll Jetzt läuft das gegen die Wand Okay In welche Richtung muss ich? Na Na gut Rennen wir mal Ja, jetzt kommen wir doch weiter Aggressive Ach, das ist ein Schaf Huch Ich glaube So, lauf mal gegen die Wand aus rechts Sie, wir haben kein Leben, Horst Beendet am 2.10. um 2 Uhr 13 Und hier Zu ihrer Linken sehen sie Den Eingang zu meiner Mine Den ich mir damals gebaut habe, als ich mich verlaufen hatte Hallo Funktioniert doch bitte Ach, unschön Ja, gleich verliert ihr Leben, bin ich wunderbar Jo Das hier sollte Klar sein Kuss Ja, und Darunter Nein, nicht darunter laufen Mein Gott Egal Ja So So Wir haben noch 5 Minuten Momentaner Gedanke, scheiße hat das viel Holz gekostet und dann nur Ja Ja, das ist üblich Diese Brücke hier habe ich gebaut Als einzigstes Von dem ganzen langen Ding Gut So, jetzt sind wir dann auch schon bei Starish Hier sehen die einen Wald Na Ja Als erstes Besichtigen wir Äh, nicht den Fluch, nein Nicht den Fluch besichtigen Oh nein Also das ist unglaublich zu spielen, wirklich Ähm Entschuldigung Und dann Entschuldigung Klaus 2 war ja irgendwie Schikibus liebes Akira Das ist so episch Ich mag das, wenn es über einem Wasser ist, dann mag ich das total Moment Ich sag verstohlen, mein Bluchter klappt Gedenkstafel an Klaus 1 Geburtsurkunde, wo ist denn die Gedenkstafel von Klaus 2? Ja, hier war ich Hier war ich Die ist auch leer Das ist die Mine von Angel Da geh ich jetzt nicht runter Jetzt fall ich da noch irgendwo runter oder so Ja So Ich glaub zum Haus komm ich noch Aber das mach ich dann erst im nächsten Part Hier sind Marsas Fische Kann man's vielleicht lesen Ach ja Nein, nicht ins Wasser fallen Ach, umso näher ich diesen Scheiß Naja, egal Nuff, 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 bleibstehen Baum nicht feldeln Der FPF-Bau ist ganz schön groß geworden Nuff, 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 bleibstehen Nuff, nuff, bleibstehen Nuff, nuff, bleibstehen Nuff, nuff, bleibstehen Da gehen wir dann nachher hin Wenn's dann nicht mehr so hackt Das ist die Honig von Chou Uff Uff Hm Hm Also dann würde ich mal sagen... Wollen wir das mal Da gehen wir dann demnächst hin Achso, man sieht sich